Nein, seh ich nicht an. Geht nicht. Gibt's nicht. Ist ja ok. Ja, ist es auch. Wo ist hier ne verdammte Sniper? Ich vertraue Foxare nie wieder. Ja, du vertraust mir nicht. Ich sollte dir nicht mehr vertrauen. Oha. Wir vertrauen uns alle nicht mehr, ok? Ok. Wer will mir vertrauen, guck mal in den Himmel. Ich seh immer noch nichts im Himmel. Ah, schönes Foto wieder. Kalkman. Ne Kalkman, der ist Kalkman. Der ist Kalkman. Kalkman. Ok, da hinten ist Creepgeist IP. Creepgeist IP, pass auf! Wir müssen nach dem Game geben. Geben. Aha. Warte, schnarte, da kriegst du es aufs Schnauil. Wow. Was war das? Das war meine Feuerrenate. Geog rennt rein, Alter. Übertreib mal. Das sind wie immer. Ja. Ich bin bei F Kalkman. Oh ne. Tydan. Ich bin F Kalkman. Hallo Tydan. Ey, ey, wer ist da? Justin ist bei mir. Aber droht mich. Wenn ich tot bin, ist es Foxare. Ja, du hast die Shotgun hier. Wenn ich nicht mehr rede, ist es dauerhaft. Hier sind noch Santic HD. Santic und Virus. Tydan und Creepgater. Ich glaube Santic ist Trader. Ich bin Elno. Ich glaube auch Santic. Wer schießt da? Der ist ziemlich nervös. Der ist ziemlich nervös. Ich glaube der etwas zu verbergen. Krieg Platz aus dem Rauschen. Los, los, los. Nimm wenigstens Tydan mit. Okay, jetzt muss der Knochenbauer sein. Ist der Knochenbauer das hier auch noch? Der redet gar nicht mehr. Der steht hier. Doch, ich rede schon. Ja, ja, ja. Es hat gerade mein Telefon geklingelt. Genau. Die Standardausrede. Zeig mal. Ja, warum wirfst du die denn jetzt weg? Ja, das war eine Ding. Glock. Ich hau hier ab. Ah ja, stimmt. Ich hab's gerade aufgenommen. Naja, der Trader ist auf der Piste. Das war keine Glock, du Lüge. Früher oder später. Ich hau jetzt ab, Alter. Das ist echt verdächtig. Wo ist eigentlich Boxari schon wieder drin? Ich stehe fast neben euch. Ich sag Boxari ist es. Ich sag Boxari ist es. Ja, der der sagt, dass ich es bin, ist Trader. Was? Sag noch mal, was ist es? Ja, ja, ich bin's. Nein, warum? Na, wo bist du denn eigentlich? Jetzt wär's ich wieder. Ja, ich will töten genau. Dann würd ich's nicht machen. Junge. Ey. Boah. Das war Notwehr. Ja, Notwehr. Ich hab dich geschehen. Na gut, es war Smokranate. Wer ist das denn da? Knochen Bowser, der sagt die ganze Zeit schon nix. Doch, ich sag doch die ganze Zeit was. Wer sagt denn? Creep Gater, warum stehst du da so? Ich glaub, weil ich über euch stehe. Pass auf, hinter euch bin. Pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf. Aua. Ah. Ducken. Duckt euch. Creep Gater, wieso bist du, weil er verletzt? Mann, ist das Feuer gelaufen. Hey, bitte. Weil ich grad runtergefallen bin, du Schwarz. Wischst du gar nicht? Hey, ich dachte du bist durch Feuer gelaufen. Äh, Creep Gater. Warum sagst du was heute ist? Ja, genau. Feuer war das im Anfang. Schieß mal mit auf den Boden Creep Gater. Oha. Fahrer? Nein. Wer denn? Wer ist denn jetzt schon wieder? Ja, der ist es. Warte. Wer denn? Ich muss gehen überprüfen. Ja, ich gehe überprüfen. Aber wer lebt denn das überhaupt noch? Wahrscheinlich nur wer. Da, da oben. Da oben. Justin ist es. Nein. Okay, Justin. Nee, er war innocent. Das heißt, ihr beide muss Trailer sein, oder? Nee, seid ihr gar nicht. Jetzt würdet ihr ihn abschießen. Der ist fast los. Okay, Justin ist es. Aber wer ist es noch? Wer ist es noch? Sende KD? Nee, du bist ja. Ich bin eh nur. Ich hab's noch gerade abgeschossen und der hat sich wegteleportiert. Und bis früh. Nee, Julian lebt immer noch, oder? Oder wurde einfach nicht confirmed? Der ist tot. Wer meint? Ich glaub. Nein! Oh, sorry. Sorry, ich kann dich nicht trauen. Ja, komm, wir gehen jetzt nochmal die Leichen. Wir sehen noch zwei Trailer. Ja. Wir müssen ja. Weil ihr noch keinen Trailer gefunden habt. Ich muss nicht. Vielleicht wurden die anderen nur nicht konfirmt. Dann müssen es Julian und Justin. Du bist 100%ig bist du das. Hier, guck. Hier. Nee, guck mal. Hier. Ah, okay. Dann, ja, dann ist es nur noch, ähm, Justin. Justin hat sich nämlich wegteleportiert. Ja. Hier müsste auch irgendwo noch der Eisflag sein. Ich geh mal da hinten gucken. Wir sollten uns aufteilen, damit wir schwäch halten. Okay, ich kann teilen. Nein! Na, ich guck auf der Seite. Oh, ich hab was gehört. Der ist hier irgendwo. Ja. Der öffnet hier Türen. Ich hab Angst. Ja, okay. Ich hatte noch 17. Okay, ich hör die C4. Wo ist die? Da. Ich hab grad, du kommst da rein. Hab ich sie entschärft? Oder ist sie hochgegangen? Ja. Ja. Zieht da noch raus. Also, ich muss jetzt gehen. Ja, tschüss. Okay. Ciao. Ja. Ich glaub, Knochen-Bowser ist Traitor. Wer ist jetzt weggegangen? Knochen-Bowser. Ja, da ist noch ein Traitor. Ja, da ist noch ein Traitor. Ja, da ist noch ein Traitor. Chitan, warum bist du hier einfach gestorben? Warum? Ganz ehrlich, ich will wirklich die ganze Zeit sagen, sei still, Yoshi. Wirklich. So, jetzt liegt genau so an. Guck mal bitte jetzt nach... Oh, jemand hat die schon getründet. Ah, ne. Guck mal bitte nach ganz vorne oben. Ja, okay, ich seh's. Das ist der... Oh, das ist ja spektakulär. Ach, die Dings hier, okay. Tja. Lächerlich. Oh, meine Waffe. Oha, oh nein, Justin. Ohohoho. Oh, Justin, Justin. Ja, ich hab wieder geschossen. Ich bin schon wieder innocent. Ah, Trudi. Ich bin schon wieder Traitor wie gerade. Oh, Mann. Was? Schon wieder Traitor? Ja. Immer Santic. Santic. Also, ist nur noch einer Traitor jetzt. Bin ich nicht mehr... Ey, Santic. Santic. Schieß auf mich. Ich hab noch halbes Leben. Halbes Leben hab ich noch. Ich hab ihn getrittet. Ich überprüfe ihn. Warte, ich überprüfe ihn. Ah. Ja, schieß jetzt hier. Ich glaub, ich klemm fest jetzt. Du brauchst nicht überprüfen, wenn er Traitor... äh, nicht Traitor... Kann ja nicht Traitor gewesen sein. Hey. Hey. Gibt man ein bisschen sein Weg von mir. Hey. 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 Problem. Ich hab halt Connections, aber... Ja, wir werden einfach mal sagen... Das ist an dem Moden. Wie dann ist es... Tötet mich mal jemand. Und ich hab nichts gemacht. Nee. Ja, Edan ist schon wieder. War ja auch gerade schon. Virus. Ich werd dich nicht töten, mein Freund. Ich bin mal Creep Getter. Ich bin mal Creep Getter. 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 Ey. Geh vom Fass weg, Alter. Ich hab grad sowas benutzt, was dagegen zu ballern. Ja, das hab ich extra eingestellt. Boah, Georg war's. Ich hab ihn... Ja. Jetzt wollte ich einfach mal machen. Wer war das? Ich wollte einfach getter. Georg war's. Ich hab ihn mit einem Schuss getötet. Oh, der würde ich noch mal machen. Oh, der würde ich noch mal machen. Aber also, pass auf. Los, komm, verbrenn' uns jetzt. Komm, komm, mehr. Man, geht da nicht. Das sind ja nur ein Schilter. Sämtliches Schwul. Ja, komm. Mann. So. Oh, woher soll ich das sein? Besser stimmt. Sämtliches Schwul. Sämtliches Schwul. Sämtliches Schwul, schwul. Mich, dass das schlägt, aber... Ich zitiere. Ah, just that it. Schön. Wenn er von einem auf dem Fernseguck. Das ist echt sexy. Was? Ich hab gesagt, der ist schwul. Wer? Deine KD. Alter, er lässt immer so seine schwelle Seite auf. Oh, das war ne Waffe. Creep Gator ist bei mir, Creep Gator schiebt mir irgendeine Waffe in den Händen. Du bist bloß weg von mir. Ich hab keine andere Sache. Komm, wir spielen mit der Akkentasche vor mir. Bist du weg? Jawoll, Rakete! Weißt du, was macht ne Rakete? Oh, ich beschweren muss. Okay, okay, okay. Creep Gator, Creep Gator, Creep Gator, Creep Gator schießen. Iron Detective. Schieß aufm Boden, schieß aufm Boden, schieß aufm Boden. Ich bin Detective. Ja, okay, er hat ne. Silence. Ich bin Detective. Detective. Justin, Justin, Justin. Justin, 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 Justin. Dir kann ich vertrauen. Geh weg. Ich bin Detective, Judan. Geh weg. Du bist Detective. Ja. Hey, er ist Traitor, weil er sagt, er ist Detective. Dabei bin ich Detective. Hallo? Ich bin jetzt Detective. Detective. Hallo, ich bin Tim und ich bin Detective. Wo sind die eigentlich? Geh weg. Ich mach nichts. Ich zähle dich ab. Geh daan. Geh daan, hier geht's rein. Geh daan. Geh daan. Creep Gator, warum... Creep Gator hat die Waffe... Creep Gator schießt dann einfach dumm rum. Geh? Ja, er war im Traitor-Menü. Nein, nein, nein. Doch, Elsis. Elsis war da prozentig. Hallo, ich hab da ne Granate geworfen. Ja, es ist eine Million prozentig. Ja. Wirklich? Ja, das... Obwohl, grad weil Puxari das sagt, ist er verdächtig. Weil er sagt, ja, der war's, ne? Ich suche euch die ganze Zeit, Alter. Da ist Tim, aber ich glaub's nicht. Okay. Guck in den Himmel, da ist ein riesiges Spektakel, weil jemand ne... Guck, jetzt kann ich noch nicht mal weiterlaufen. Alter, übertreib's nicht. Dental? 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 Bist du dir sicher, dass du innocent bist? Dental mich, Justin. Dann nimm den Magnetostick in die Hände, ich auch. Justin, Justin! Justin, Justin! Ey. Guck mal. Puxari ist angeboten. Das ist die GEMA. Ja! Ihr seid alle behaftet. Ist so. Scheißbesser. Hey, wir erzählten sowas. Wir erzählten sowas. Ja, wir schmeißen ne... Rengstack anhand nach mich. Kalk, gar nicht. Ich hoffe zu lügen. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Kalk, Mann. Scheiße. Ich hab davon Schaden bekommen. Das war bestimmt ein Jydan. Oder so ein super super Held. Kalk, Mann. Ich hab von der Kalk, Schaden bekommen. Hey, Puxari dreh dich nicht um. Ey. Ist schön, dass du es mir noch sagst. Komm, 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 komm. Jawoll. Oh fuck, sorry. Oh. Oh, musst du jetzt heulen. Schnupf das. Nein. Nein, warte, 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 warte. Nicht, bitte nicht. Bist du dir. Was willst du machen? Na. Was willst du machen? Ich hab 1 HP, Alter. Parete. Oh, spring ins kalte Wasser. Ja. Ja, ich spring ins kalte Wasser. Warte mal, muss man einfach ins kalte Wasser springen. Warum ist das... War es eigentlich so, als wenn jemand reingekackt hätte? Ja, wie ist meine Leiche von da oben runtergefallen? Wissen alle sich übergeben hier, oder? Na. Traitor. Das ist einfach mal Wasser. Kann man da eigentlich rauf? Nein. Doch. Wo? Guck mal, wo ich bin. Schöne Musik. Ach so, ja, ja. Aber du kommst da jetzt nur noch drauf. Ich weiss, dass ich nicht mehr runterkomme, aber... Doch, doch, doch. Du musst schwimmen und dann rein ins Haus. Schwimmen, ey. Ja, wir sind ins Haus rein. Justin, du hast mir meine Waffe weggenommen. Ha. Wenn ich Traitor bin, wirst du... Ach du Scheiße. Ich sollte mich vielleicht umbringen lieber. Schnell. Schnell, ich muss sterben. Wir haben gar keine Waffe, Alter. Nein, warum sterbe ich nicht? Nein! Nein! Okay, ich bin Traitor. Ich geh weg. Wie komm ich hier hoch? Ich kann hier hochglattern. Direkt hier schon wieder. Santic. Och, Alter, ein Glück. Wir alle sind hier. Ich bin fast im Wasser alt. Ich bin fast im Wasser alt. Schon fast gestern. Kriegt jemand eine Waffe für mich? Santic, schieß auf mich. Santic, schieß auf mich. Ja, genau. Santic ist es, ja. Okay, Santic ist es, ja. Okay, Santic ist es, gut. Oder Kalk. Santic. Santic ist es. Ne, mein Pendant. Haha. Wir töten jetzt sie. Er sagt erst einmal von sich selbst, dass der Teil ist. Natürlich. Klug. Santic. Da, da, Santic. Santic. Das war nur ein Spaß. Santic ist es. Santic ist es. Lock. Santic ist es wirklich. Nein, ich bin es nicht. Ey, hier. Ich habe keine Muni mehr Glück gehabt. Krieg Wattler hat weiter drauf eingeschossen. Vielleicht ist es ja klar, weil der Traitor warst. Ich brauche einen Traitor. Okay, diese Aussage, ne? Jawoll. Gott, Alter. Wir sagen vor allem, es gibt nur einen Traitor. Ja, vor allem war der Traitor. Ja, ich dachte, ihr fällt noch ein. Ja. Ihr fallt drauf. Hi, Jura. Hallo. So viele Runden sind es jetzt noch. Zwei. Zwei. Danach gehe ich offline. Ich wollte eigentlich noch eine Stunde offline gehen. Offline. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Uh. Fußball. Fußball. Fußball muss sein. Wer hat eigentlich heute gespielt oder welches Spiel gerade? Oder... Ne, gleich erst. Hä, Mann. Warum weißt du das nicht? Fär... Fär... Interessiert mich nicht. Solange Bayern nicht spielt, juckt es mich nicht. Achso. Ihhh. Ist so Bayern, Alter. Direkt töten. K.O. Duisburg. Jetzt bricht der Krieg aus. Duisburg. Alter. Duisburg. Erfolgsfan. Ich bin kein Erfolgsfan. Ja. Alter. Was mach ich denn hier? Weg hier. Ich find keine Waffe, Alter. Ah, nein. Ich bin doof, Alter. Wer ist denn jetzt der Traitor? Ja, das schlussstum. Bin in der. Ja, bin in der Nahrung. Wahrscheinlich Pokal, ihr seid ja schon wieder so gefragt, dass... Ah, okay. Sind wir der Traitor? Ich bin myself von euch. Ich weiß nichts davon. Ne, 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 ne. Schon gestorben? Ja, ja, ich. Ich bin Pokal. Ich schon jemals. Okay. Ich hatte ja keiner gekillt. Ne, kannst du nicht sagen. Okay, Julian, guck mal im Test. Du hast uns beide gekillt. Ich bin Pokal. Ich hab euch beide was erzündet. Ich war das nicht. Ich bin woanders dran gestorben. Achso, ihr müsst in meine Aufnahme gucken, dann seht ihr, woran ich gestorben bin. Okay. Ihr dürft nicht lachen. Die Aufnahme in... Auf mich hat jemand geschossen. In einem Monat. Nein, die Aufnahme nicht. Pokal ist Traitor. Am Mittwoch oder so. Welche Stimme gehört. Creep, lebst du noch? Ja. Wo bin ich denn? Ach, hier war ich. Wow. Okay, Georg war's nicht. Danke. Dann bin ich's auch nicht. Ja, du hast jetzt nichts gesagt. Das war einfach verwirrend. Ach, Alter. Wow, guck mal. Komm auf den Snipern, das ist schwul. Du bist schwul, du bist schwul, du bist schwul, du bist schwul, du bist schwul. Ich will euch zeigen, wo ich gestorben bin. Ich will aber nicht schwul sein. Boah, jetzt muss ich noch 25 Sekunden warten, bis ich weiß, wo du bist. Darf ich euch sagen, wo ich gestorben bin? Was? Ich glaub, Virus ist Traitor. Ja, glaub ich auch. Da, ja, ersendig ist es. Nein, gar nicht. Glebt noch jemand anders? Gar nicht, Gitan ist es. Guck, der hat einen orangenen... Nee, ist der gelb. Warte mal, warte mal. Lass mich kurz nachdenken. Waldorfschule braucht immer was länger. Pink. Der hat einen pinken Namen. Los. Klingt plausibel. Stimmt. Sieht man schon in der Waffe, dass er... Boxhari, da bin ich gestorben. Da, wo du jetzt bist. Pass auf. Mann! Ey, Centic. Willst du einen pinken Name Tag haben? Ja, ja. Okay, mach ich dir, bis zum nächsten Mal. Okay, sehr schön. Boxhari, geh mal deinem, wo du gerade warst. Was? Da? Ja, jetzt hier links die Treppe hoch. Und guck mal da links in den Kasten rein. Geradeaus, geradeaus links, da ja. Guck da mal rein. Da kann man nicht reingucken. Doch. Da kann man kaputtschießen. Nee, ja. Guck mal wer da drinne ist. Oh lol, da verrenkt man ja drinne. Ja, deswegen. Ach so. Wusste ich gar nicht. Die Klappe ging auf einmal zu. Krass. Da kann man gut Leichen drin verstecken. Ich bin in der Noten, ich glaube Boxhari war. Eindeutig. Das Boxhari jetzt Traitor. Letzte Runde. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hoffentlich Traitor Hoffentlich Traitor Ey Judo, komm mal hinter dir Hoffentlich Traitor Hoffentlich Traitor Ist da irgendwo bei euch ein Fass runtergekommen Jawoll Guck mal, ich tanze auf dem Fass Zum Glück wurde ich nochmal Traitor Wer sagt, dass ich will aber Traitor sein Die sagen halt, dass er Traitor ist Ich bin Traitor Und der das sagt wer? Ja, ich halt Ja, dreh dich mal um Nein, ey, geh weg Centic Was ist das hier? Centic, geh weg, was ist das hier? Das ist ein Schiff Das geht nicht, das ist buggy Leider, das ist bestimmt auch so ne Waffe Wo seid ihr? Also wenn ich tot bin, ist Centic Nein, mit dir guck mal Oha, wir haben das letzte Mal Fernseh geguckt, da hat uns Foxhari getötet Ach ja, ok, komm, wir gehen doch zusammen Foxhari kann eigentlich nicht mehr töten Ich glaub, ich glaub Chidane ist es Chidane ist es, Chidane ist es Obwohl Ja, ich bin Traitor, weißt du Centic Ich glaub grad Justin ist es also Ja, ich bin es, hab dich auch schon ein paar Mal angegriffen Das heißt, du bist es Ja, Centic ist es kaputt Centic ist es einfach überhaupt nicht Centic 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 Mega, ich geh trotzdem weg von dir, Centic Centic Ich hab gesagt, jeder will Alter Wett Achso, du bist das Centic Ok, ok, hier benutzt jemand den Traitor-Raum Hey, hier gibt's nen Traitor-Raum? Schst Hey, wer ist das? Ich kann nicht mehr sehen Stol, wer schleppt da eine? Ach du, ich Ich? Den hab ich getötet Centic, wo bist du? Ey, ich seh nichts Hinter dir Centic, wo bist du? Alter, bist du dumm Ok, Centic ist es Centic ist es Creep-Garter ist es Centic ist es Centic ist es Nein, Creep-Garter ist es Centic, Centic, ja Der hat mich grad Creep-Garter Centic Centic hat mich schon einmal angeschossen Centic ist es Centic, wo bist du? Hier vertrau ich nicht mehr, Centic Ich hab noch geglücken, Alter Ich hab noch geglücken, Alter Von wegen nicht gewehrt, Alter Alter Jüdan, Alter Warum tötest du mich? Ich hab noch nie Ich hab noch nie